Als Gott ihn ruft, lässt er alles hinter sich, Heimat, Status, Besitz und bricht auf in das größte Abenteuer seines Lebens. Seine Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen gehört zu den großen Mythen der Menschheit. Er will Sodom und Gomorra retten, die verruchten Städte, die dem Untergang geweiht sind. Als er hundert ist, zeugt er noch einen Sohn und ist bereit, sein geliebtes Kind auf dem Opferaltar zu schlachten. Das Schicksal des Mannes, der unbeirrt seinen Weg ging, bewegt die Menschen bis heute. Die Geschichte führt Jahrtausende zurück in die karge Welt eines Hirtenvolkes im vorderen Orient. Im Mittelpunkt steht ein Mann namens Abram. Gott gibt ihm später den Namen Abraham, was Vater vieler Völker bedeutet. Bis heute verehren ihn Juden, Christen und Muslime als den bedeutenden Stammvater ihres Glaubens. Im Alten Testament der Bibel ist die Lebensgeschichte des Patriarchen, der als erster an den einen Gott glaubte, ausführlich niedergeschrieben. Der Heiligen Schrift nach kam Abraham aus Mesopotamien, dem Zweistromland. Aus der Stadt Ur in Chaldea, im heutigen Irak. Von dort aus zog er den Euphrat entlang bis nach Haran, dann über Damaskus in das Land Kanaan, weiter nach Ägypten. Und zurück nach Kanaan, wo er sich bei Hebron niederließ. Nach muslimischer Tradition ging er sogar bis nach Mekka. Hat es diesen Mann, mit dem Gott ein Bund schloss, wirklich gegeben? Also ich denke, dass Abraham eine historische Person war, die wir aber eigentlich nicht mehr fassen können. Also der erzählte Abraham, so wie er in der Bibel steht, war sicher keine historische Person. Auch wenn wir keine direkte Hinweise haben, heißt das noch lange nicht, dass es ihn nicht gab. Die Spurensuche beginnt in Jerusalem, das den drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam als heilig gilt. Alle drei Religionen betrachten den Ort, wo heute der Felsendom steht, als gesegnete Städte. Denn dort soll Abraham die höchste Gottestreue bewiesen haben. Die goldene Kuppel des Doms wölkt sich der Glaubenstradition nach, über genau den Felsen, auf dem der Patriarch das Liebste, was er hatte, seinem Herrn opfern wollte, seinen Sohn. In der Tora, der Heiligen Schrift der Juden, ist das erschütternde Ereignis niedergeschrieben. Auch heute noch lernen die Gläubigen den althebräischen Text vom Erzvater auswendig, der im ersten Buch Mose, der Genesis, erzählt wird. Biblischer Chronologie nach lebte Abraham vor etwa 4000 Jahren. Neuere Theorien datieren ihn 500 bis 1000 Jahre später. Er kam aus Ur, der Hauptstadt des Zwei-Strom-Landes, das von den gewaltigen Flüssen Euphrat und Tigris durchzogen wurde. Der Euphrat floss direkt an der Metropole vorbei. Vermutlich gehörte Abraham zur gesellschaftlichen Elite, die lesen und schreiben konnte. Bereits um 3000 vor Christus gab es in Mesopotamien die Keilschrift. Das Kind Abraham wurde in der Hochsprache Sumerisch und in den Alltagssprachen Akkadisch und Amoritisch unterrichtet. Auch Arithmetik und Verwaltung standen auf seinem Stundenplan und das Auswendiglernen religiöser Texte. Wissenschaftlich belegt ist, dass die Stadt Ur um 2000 vor Christus das hochkultivierte Zentrum Mesopotamiens war. Eine pulsierende Handelsmetropole mit Geschäftsverbindungen in alle Welt. In der Mitte der Stadt erhob sich die Zikurath, der gewaltige Stufenturm, der dem höchsten Gott im Pantheon geweiht war, dem Mondgott Sin. Ihn verehrte auch Abrahams Vater. Sein Name Terach bedeutet so viel wie der Mondanbeter. Eines Tages verließen Terach und seine Sippe die Stadt Ur und zogen nach Norden. Aber warum sollten sie ihr bequemes, städtisches Leben mit dem Entbehrungsreichen der Nomaden getauscht haben? Um 2000 fielen verschiedene Bergvölker aus dem Norden und aus dem Westen Irans in das Urreich ein, sodass das Leben sehr unsicher geworden ist. Es gab viele Kriege, also man kann durchaus annehmen, dass der Terach vor diesen Kriegen geflohen ist. Die Heilige Schrift berichtet lediglich, dass der hochbetagte Terach seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarah und seinen Enkel Lot von Ur im Süden des Landes nach Haran im Norden führte. Eine Strecke von etwa 1000 Kilometern. Abraham, der damals noch Abram hieß, könnte ein vielversprechender junger Mann gewesen sein. Ein zukünftiger Clanführer wie sein Vater. Und sie kamen nach Haran und wohnten da selbst, heißt es in der Bibel. Haran ist heute ein abgelegenes Dorf im Südosten der Türkei. Es gibt dort noch die urigen Lehmhäuser, die in der kurdischen Sprache der einheimischen Kubel heißen. Ihre spitz zulaufenden Dächer schützen vor der extremen Hitze im Sommer und vor den eisigen Minusgraben im Winter. Die kargen Lehmbauten erfüllen ihren Zweck seit Menschengedenken. Die Feuerstelle muss direkt unter der Öffnung im Dach liegen, dann zieht beim Brotbacken der Rauch problemlos ab. Bereits vor 6000 Jahren war die Bauweise der engen Behausungen bekannt. Könnten Terach und Abraham in solchen Kubel gewohnt haben? Die antiken Ruinen in der Gegend lassen vermuten, dass sie in weitaus besseren Häusern lebten. Es gibt gute Gründe dafür, warum Terach seine Sippe nach Haran führte. Einmal ist es so, dass Haran eine sehr, sehr fruchtbare Gegend gewesen ist. Da wollten Leute hin, aber es lag auch an den wichtigsten Handelsrouten, eben von Westen nach Osten und auch von Norden nach Süden, also nach Ägypten. Das ist eine Sache, das war wirklich sehr interessant. Andererseits muss man auch denken, wie in Ur wurde in Haran auch der Mondgott Sinn verehrt. Die Mondgottstadt in Nordmesopotamien, deren Ursprung auf die mittlere Bronzezeit um 2000 vor Christus zurückgeht, wird in vielen Keilschriften erwähnt. Ihr Wahrzeichen ist der gewaltige Turm, der zu Beginn seiner Geschichte der Beobachtung der Gestirne diente und dem Mondgott Sinn geweiht war. Wo einst der große Stufentempel des Gottes stand, ist noch unbekannt. Die Umgebung Harans ist voller unerforschter Ruinenhügel. Es gibt viele geheimnisvolle Tempel, die bis heute nicht vollständig ausgegraben und noch nicht wissenschaftlich dokumentiert sind. Die Wände im Inneren dieses Heiligtums sind mit verwitterten Reliefdarstellungen geschmückt, die in Beziehung zum Mondgott stehen. Immer wieder taucht die Mondsichel auf, das Symbol des Gottes, von dem sich die Menschen Schutz und Segen erhofften. Die Priester des Mondgottes waren zugleich Sterndeuter und Wahrsager. Und da Hunger, Krankheit und Krieg immer gegenwärtig waren, kamen die Menschen von weit her, um in Haran dem Höchsten zu opfern und seine Priester nach ihrem Schicksal zu fragen. Vielleicht waren Terach und Abraham auch deshalb nach Haran gezogen, weil dort der Mondkult praktiziert wurde, den sie kannten. Die Einheimischen sind überzeugt davon, dass der Stammvater einst in ihrem Ort gelebt hat. Ihrem muslimischen Glauben zufolge kam Abraham aber nicht aus Ur in Südmesopotamien, wie es die Bibel erzählt, sondern aus dem nordmesopotamischen Urschuh, dem heutigen Shanle-Urfa, etwa 40 Kilometer von Haran entfernt. Shanle-Urfa, die Ehrenwerte, ist die fünfteiligste Stadt der Muslime. Abraham, der im arabischen Ibrahim heißt, soll dort in einer Grotte unterhalb eines mächtigen Felsens geboren sein. Muslimischer Überlieferung nach erkannte der junge Ibrahim, dass es Größeres geben musste als Sonne, Mond und Sterne. Er fragte nach dem Schöpfer, der hinter allem stand, und erfand ihn. Er war der erste, der sich in Demut dem einen, wahren Gott hingab. Und Gott segnete ihn und machte ihn zum Kalil, zu seinem Freund. Die große Moschee in Shanle-Urfa ist dem ersten Muslim Ibrahim geweiht. Die Fischteiche neben der Moschee erinnern an seinen Kampf gegen die Vielgötterei seiner Zeit. Nach jüdischer und muslimischer Tradition zerschlug der junge Gläubige voller Leidenschaft die leeren Götzenbilder, die die Menschen seiner Umgebung anbeteten. Da warfen sie ihn ins Feuer. Aber Gott rettete ihn, machte das Feuer zu Wasser und das brennende Holz zu Fischen, und die brachten Ibrahim sicher an Land. Tatsächlich ist der Stammvater in Shanle-Urfa und Haran in besonderer Weise gegenwärtig. Die Archäologen fanden Keilschriften mit Ortsbezeichnungen, die an Namen von Abrahams Vorfahren erinnern. Der niederländische Forscher ist einem solchen Namenshinweis auf der Spur. Also wir sind hier direkt in der Nähe von Haran. An der anderen Seite der Straße befindet sich dieser Ruinenhügel. Es könnte durchaus sein, dieser Ruinenhügel ist dieser Ort, den wir aus den Texten des Zweistromland kennen, mit dem Namen Til-Shaturachi. Das ist der Ort von Terach. Der Archäologe hält es für möglich, dass die Abraham-Tradition in der Gegend auf historische Wurzeln zurückgeht, die noch darauf warten, ausgegraben zu werden. Wie man weitermacht, überall Keramik und Brandschichten, das ganze schwarze Zeug, das ist alles Brandschichten. Da kommt ein schöner Krughenkel heraus, ne? Der allerdings aus römischer Zeit stammt. Aber systematische Grabungen, so der Forscher, müssten ältere Schichten zutage bringen und vielleicht sogar Hinweise auf Terach und Abraham. Die meisten Forscher halten den Stammvater für archäologisch unbelegbar und verweisen auf die theologische Ebene. Selbst wenn wir ja die Existenz Abrahams nachweisen könnten, archäologisch, dass diese Geschichten sich genauso historisch abgespielt haben, wie sie überliefert sind, heißt das ja noch nicht, dass ich die Botschaft dieser Abrahams-Geschichten begriffen habe. Es kommt auf den Geist Abrahams an. Und dieser Geist Abrahams ist ein Geist des Aufbruchs. Eines Tages sprach der Herr zu Abraham, Gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham, zu diesem Zeitpunkt bereits 75 Jahre alt, gehorchte. Er verließ Haran, sein Haus, seine Freunde und folgte dem Ruf des Herrn, ohne zu wissen, was auf ihn zukommen würde. Seine Frau Sarah, sein Neffe Lot sowie die Leute, die in seinen Diensten standen, begleiteten ihn. Wieder tauschte er das sichere Leben in der Stadt gegen das karge Dasein des Nomaden. Wieder war er auf großer Wanderung der Natur und ihren Gefahren ausgesetzt. Er führte die Karawane in der Stadt. Er führte die Karawane nach Südwesten. Wenn alles gut ging, schafften sie 15 Kilometer am Tag. 700 lagen vor ihnen. Sie zogen an Damaskus vorbei, in das Land, das Abraham von seinem Gott verheißen wurde, nach Tanaan, wo Milch und Honig fließen, so die Bibel. In der fruchtbaren Region zwischen dem antiken Syrien und Ägypten gab es mehr Wein als Wasser, berichtet auch ein ägyptischer Text aus dem 19. Jahrhundert vor Christus. Das biblische Kinneret am See Genezareth war damals schon besiedelt. Unter den Gebäuderesten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus fanden die Archäologen Siedlungsschichten, die bis in die mittlere Bronzezeit zurückgehen. Ein internationales Grabungsteam aus Archäologen aus den Niederlanden, aus Finnland, Deutschland und der Schweiz holen derzeit die antike Stadt aus dem Boden, in der Abraham vielleicht Station machte. Falls Abraham tatsächlich hier durchgekommen wäre, dann hätte er gleich unter dieser Stadt, unter diesen Mauern, die Sie hier sehen, hätte er eine Stadt gesehen, die mit einer großen Stadtmauer befestigt war und aus der Ferne ganz in Weiß in die Landschaft hineingeschienen hätte. Und die ein Anlaufsort der reichen Handelskarawanen war, die aus Ägypten, aus Syrien und dem Zweistromland kam. Immer wieder bringen die Archäologen Funde zu Tage, die die weiten Geschäftsbeziehungen der Kanaanäer belegen. Ein ägyptischer Skarabeus. Ein Amulett, das seinen Besitzer vor allem Unheil schützen sollte. Vielleicht gehörte es einem Bewohner Kinneretz, vielleicht einem syrischen Kaufmann. Materielle Belege, die sich auf einzelne Personen beziehen lassen, brauchen Inschriften und sind selten. Auch der Mann Abraham aus Haran hat in Kinneret keine Spuren hinterlassen. Und doch könnte der Ort gut auf seiner Reiseroute gelegen haben. Ja, es gab eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wenn Abraham gekommen wäre. Dort hinten vom Bergland herunter, hier am See Genezareth vorbei und dann hinüber in der Nähe von Tiberias geht es wieder hoch nach Untergaliläa. Das ist der einzige Weg, den es in der Antike gab, um hier durch dieses Land durchzukommen. Abraham zog weiter nach Sichem und an den Hainmoor. Da schien Abraham erneut der Herr und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham baute dort, wo er Gottes Verheißung empfangen hatte, einen Altar und betete. In Nablus, im palästinensischen Westjordanland, liegen die Ruinen des biblischen Sichem, einem sehr alten Ort im Heiligen Land. Die Kanaanäer verehrten dort den Gott El von Sichem, der in Haran mit dem Mondgott gleichgesetzt wurde. Wahrscheinlich war ihm der größte Tempel der Stadt geweiht. Könnte dieser Altar mit Abraham zu tun haben? Der Stammvater setzte seinen Weg in den Süden des Landes fort. Dann brach eine schwere Hungersnot in Kanaan aus, berichtet das Alte Testament. Aber wie passt das zusammen mit dem gelobten Land? Gut, gelobtes Land und Milch und Honig. Israel, Palästina, diese Region war immer schlechter dran wirtschaftlich als Mesopotamien oder Ägypten, wo man wirklich Hochkulturen hatte. Aber wir wissen durch neuere Forschung vom Toten Meer, dass es offensichtlich zweimal in der Antike sehr starke Hungersnöte gegeben hat. Einmal hier in der Zeit um 2200, als der Wasserspiegel des Toten Meeres ganz extrem abgesunken ist. Und dann noch ein zweites Mal, und zwar viel markanter noch, in der Zeit um 1200, 1300 vor Christus, als eben das offensichtlich eine sehr ausgeprägte Klimaschwankung vorhanden war. Es ist also denkbar, dass sich der biblische Text auf eine der dramatischen Dürreperioden bezieht, die die Menschen zwang, ihren Lebensraum zu verlassen. Wann zwischen 2000 und 1000 vor Christus der Patriarch in Richtung Ägypten zog, bleibt Spekulation. Der Auslöser seiner Wanderung jedoch lässt sich mit historischer Realität in Verbindung bringen. Auch der Text von Sarah und Abraham besitzt Elemente, die an konkrete Gegebenheiten erinnern. Die Bibel schildert Sarah als auffallend schöne Frau. Als sie nahe an der ägyptischen Grenze waren, fürchtete Abraham um sein Leben. Denn wenn die Ägypter sie sehen, dachte er, werden sie sagen, das ist seine Frau. Sie werden mich erschlagen und Sarah zum Pharao bringen. Er bat sie deshalb, lass uns so tun, als wärst du meine Schwester, damit mein Leben gerettet wird. Und es kam so, wie er es vorausgesehen hatte. Der ägyptische Herrscher begehrte die schöne Fremde. Abraham gab seine angebliche Schwester frei. Und Sarah wurde in den Harem des Pharaos gebracht. Es geht um die Gefahren des Nomadenlebens. Und auch historische Erinnerungen leuchten auf. Wir haben tatsächlich ein Gesetz aus Mesopotamien, aber aus dem späteren, zweiten Jahrtausend vor Christus. Aber es ist durchaus möglich. Wir haben solche Gesetze auch in früherer Zeit. Nur, das ist noch belegt, dass tatsächlich eine Frau ihren Mann untergeordnet war. Wenn man dann aber sagt, sie ist meine Schwester, dann heißt es, sie hat eben genau diese gleiche Rangordnung wie der Bruder. Also ich würde Abraham nicht entschuldigen wollen. Die gesamte Geschichte von Abraham, Hagar und Sarah, also die Erzeltern, zeigen Abraham nicht gerade nur positiv. Also wir bekommen den Genesis 12 den Segen und das Nächste, was er tut, ist, dass er Sarah an die Ägypter verrät. Abraham mochte aus Angst um sein Leben falsch gehandelt haben. Aber sein Gott verließ ihn nicht. Der Bibel nach beschenkte der Pharao um Sarahs Willen ihren angeblichen Bruder großzügig mit Gold und Silber. Außerdem erhielt er Viehherden, Esel und Kamele. Doch Sarah fehlte ihm. Da plagte Gott den ägyptischen König, bis dieser merkte, dass Sarah verheiratet war. Er gab sie deshalb großzügig ihrem Mann zurück und ließ sie bis zur Grenze geleiten. Abraham verließ das Land als reicher und gesegneter Mann. Er hatte Sarah wieder, dazu Gold und Silber und andere Schätze, große Viehherden und prächtige Kamele. Domestizierte Kamele, die als Lasttiere in Karawanen mitliefen, sind im vorderen Orient ab dem ersten Jahrtausend vor Christus belegt. Die meisten Forscher schließen daraus, dass sich in den Abraham-Geschichten die Lebenswelt der Epoche spiegelt, in der sie niedergeschrieben wurden. Der biblische Nomade Abraham jedoch scheint zeitlos. Er hatte seine Leute von Ägypten nach Karnaan zurückgebracht und war dankbar und glücklich. Für kurze Zeit sah es so aus, als könnte die Gegend zwischen Sechem und Bethel, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten, der feste Wohnsitz der Großfamilie werden. Es kam anders. Die Sippe war in Ägypten reich geworden und auch Abrahams Neffe Lot besaß jetzt stattliche Herden. Aber das Weideland reichte nicht. Abrahams und Lots Hirten zankten sich deshalb oft um die besten Futterplätze. Der Patriarch aber wollte keinen Streit in der Familie. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken, sagte er. Da trennten sie sich in Frieden. Lot zog hinab in das fruchtbare Jordanteil, wo damals die Städte Sodom und Gomorra lagen. Abraham blieb im kargen Bergland. Da erschien ihm wieder der Herr. Und er forderte ihn auf, in alle Richtungen zu blicken. Denn alles das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, sagte er. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in seiner Länge und Breite. Am großen Salzmeer war inzwischen ein Krieg ausgebrochen zwischen den Fürsten von Sodom und Gomorra und anderen Kleinkönigen. Abrahams Neffe Lot, der sich in Sodom angesiedelt hatte, war unbeteiligt zwischen die Fronten geraten und in Gefangenschaft gekommen. Als Abraham das erfuhr, stellte er aus seinen Knechten eine Armee zusammen, jagte den fremden Königen nach bis nach Dan im Norden des Landes, schlug sie und befreite Not. Wieder führt der Bibeltext an einen konkreten historischen Ort. Die Stadt Dan im Norden Israels ist tatsächlich ausgegraben. Der größte Teil der Ruinen stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Aber es gibt auch eine fast tausend Jahre ältere Schicht. Das mächtige, aus Lehmziegeln errichtete Stadttor, das derzeit restauriert wird, gehört dazu. Ist es möglich, dass der friedliche Nomade und Karawanenführer Abraham in Dan als Feldherr gekämpft hat? Diese Gestalt des Abraham war immer eine produktive Gestalt. Und so ist er immer wieder zu bestimmten Zeiten neu gelesen worden, neu verstanden worden und damit neu interpretiert worden. Und neue Texte sind geschaffen worden. Die ganze Abraham-Geschichte stammt nicht aus einem Entwurf, sondern ist im Verlauf von 600 Jahren, 700 Jahren immer wieder ergänzt worden und mit neuen Facetten bereichert worden. Die späteren Redakteure verstanden es, die unterschiedlichen Texte zu einem einheitlich wirkenden Epos zusammenzubinden, das bis heute in seinen Bann zieht. Gott hatte Abraham eine große Familie versprochen, aber Sarah war unfruchtbar. Herr, was willst du mir geben? fragte er. Ich gehe dahin ohne Kinder. Was das Alte Testament dann erzählt, mag heutzutage befremden. Um ihrem Mann Nachkommen zu ermöglichen, führte ihm Sarah ihre ägyptische Sklavin Hagar zu. Das entspricht dem altmesopotamischen Recht, das die Forscher von Keilschrifttexten kennen. Danach hatte eine Ehefrau, die kinderlos blieb, ihrem Mann eine Nebenfrau zu stellen. Wieder ein Puzzlestein, der zum biblischen Text zu passen scheint und dem Stammvater historisches Leben einhaucht. Abraham predigte den Namen Gottes, der ihn verheißen hatte, seine Nachfahren sollten so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Ein Jahr später hatte Hagar einen Sohn geboren, der dem orientalischen Gesetz nach Vollerb berichtigt war. Abraham nannte ihn Ismail. Gott erhört dich. Als der Stammvater 99 Jahre alt war, erschien ihm wieder der Herr und sprach, ich will einen Bund machen zwischen mir und dir. Und so änderte er den Namen Abraham in Abraham, Vater vieler Völker. Und auch Sarah sollte gesegnet sein, denn auch von ihr will ich dir einen Sohn geben, sagte Gott. Da fragte Abraham lachend, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah mit 90 gebären? Der Herr aber bestätigte die Verheißung und als Zeichen seines Bundes mit Abraham forderte er die Beschneidung des Patriarchen und aller Männer aus seiner Sippe. Einige Zeit darauf, als der Stammvater mittags vorm Eingang seines Zeltes saß, kamen drei fremde Männer auf ihn zu. Er bemerkte nicht, dass es Engel, Boten Gottes waren. Mit großer Freundlichkeit bat er die Fremden in sein Zelt. So wie es dem uralten nomadischen Gastrecht entsprach. Für Juden, Christen und Muslime eine Schlüsselszene ihres Glaubens. Was Abraham vorlebte, den Fremden als willkommenen Gast zu bewirten, ihn mit Respekt und Großzügigkeit zu behandeln, gilt in allen drei Weltreligionen als beispielhaft. Einer der fremden Männer prophezeite Abraham, dass Sarah im nächsten Jahr einen Sohn haben würde. Sarah, die heimlich lauschte, lachte darüber. Denn sie war inzwischen eine sehr alte Frau. Dann verließen die Männer Abrahams Zelt und zwei von ihnen gingen in Richtung Sodom und Gomorra, den Städten, von denen es in der Bibel heißt, dass ihre Sünden gen Himmel schrien. Gott hatte deshalb beschlossen, sie auszulöschen. Als Abraham davon hörte, fürchtete er um seinen Neffen Lot, der in Sodom lebte. Er feilschte klug und ausdauernd mit Gott, um Sodom zu retten. Wenigstens Lot und dessen Familie sollten eine Chance haben. Gott willigte schließlich ein. Er schickte seine Boten zu Lot. Auch Abrahams Neffer wies sich als ein Gerechter, der das Gesetz hielt. Lot bat die Engel Gottes, die als fremde Männer gekommen waren, gastfreundlich in sein Haus. Aber dann kommen die Städter und fordern, dass diese Männer herausgegeben werden, damit man sie homosexuell vergewaltigen kann. Das ist ein Text, der warnen soll, diese Städter sind verdorbene Leute. Die haben nicht diesen Ehrenkodex, den wir als Nomaden haben. Also hier ist das auch eine Erzählung, die deutlich machen soll, wie verruchte Städte sind. Und dass dann Sodom anschließend untergeht, ist die logische Folge dieser Verruchtheit. Lot und seine Familie durften entkommen. Dann begann das Inferno. Gott ließ Feuer und Schwefel regnen. Als sich Lots Frau umsah, erstarrte sie zur Salzsäule. Am Toten Meer in Jordanien steht eine Felsnadel. Auf der anderen Seite in Israel steht auch eine. Beide gelten als die Versteinerung von Lots Frau. Aber die biblische Geschichte von Sodom und Gomorra könnte einen wahren Hintergrund haben. Die sündigen Städte lagen wahrscheinlich am Südostrand des Toten Meeres. Auf jordanischer Seite haben amerikanische Grabungsteams vor 30 Jahren die Grundmauern einer Stadt gefunden, die den Wissenschaftlern bis heute rätselhaft ist. Sie fanden mit Asche Rückständen bedeckte Mauerreste, verbrannte Steine und verkohlte Scherben. Es muss eine gigantische Feuersbrunst über die Stadt hinweggezogen sein. Aber ob der Ort mit Sodom identisch ist, bleibt offen. Am Morgen nach dem Inferno sah Abraham riesigen Rauch aufsteigen. Er verließ die Gegend, über die das Strafgericht Gottes niedergegangen war. Er zog nach Süden, in die Negev. Dann geschah das Wunder. Im Alten Testament heißt es, der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte und tat an ihr, wie er geredet hatte. Abraham war inzwischen 100 Jahre alt. Der überglückliche Vater nannte seinen Sohn Isaac, den Lachenden. Auch Sarah, inzwischen über 90, lachte. Wie sind die Altersangaben der Bibel zu verstehen? Also die durchschnittliche Lebenserwartung der damaligen Zeit war ungefähr 40 Jahre. Wir können durch anthropologische Untersuchungen die Knochen ja relativ gut bestimmen. Wir haben sehr, sehr wenige Leute in Gräbern gefunden, die älter als 50, 60, 70 Jahre wurden. Das waren schlichtweg die ältesten der damaligen Zeit. Wenn man mal 80 Jahre alt wurde, war das eine Ausnahme. Und von daher ist eben auch nochmal deutlich, dass diese Zahlen, diese hohen Lebenserwartungen schlichtweg Fiktion sind, eine besondere Gottesnähe ausdrücken sollen, theologische Zahlen sind und eben nicht historische Zahlen. Abrahams Glück über die beiden Söhne Ismael und Isaac währte nicht lange. Sarah hatte einen finsteren Plan. Sie wollte ihrem Sohn Isaac das Alleinerbe sichern, obgleich nach dem altorientalischen Recht der Sohn der Nebenfrau nicht benachteiligt werden durfte. Sarah forderte ihren Mann auf, Hagar und deren Sohn Ismael fortzuschicken. Eine Geschichte, die schwer nachvollziehbar ist. Der Text bearbeitet eben Probleme, die zu der Zeit, als er geschrieben wird, relevant sind. Das heißt, die Frage auch, wie gehe ich mit Erben um? Und die Texte sind nicht alle nur dazu geschrieben, um sie nachzuahmen, sondern sie sind auch zum Erschrecken geschrieben. Und so mussten Hagar und ihr Sohn Ismael fortgehen. Die Ungerechtigkeit hätte tödlich enden können. Aber Gott griff auf wundersame Weise ein und rettete die Verstoßenen. Auch Hagar und Ismael gehörten zu seinem Bund. Der Koran berichtet, dass Ismael zusammen mit seinem Vater Ibrahim, der in 25 Suren vorkommt, das Heiligtum in Mekka gründete. Für Muslime, ebenso wie für Juden und Christen steht ein Ereignis im Zentrum. Die ultimative Prüfung, die Gott dem Stammvater auferlegte. Eines Tages erzählt die Bibel, versuchte ihn Gott und sprach, Abraham, hier bin ich, Herr. Da rief Gott ihn auf, ihm ein Opfer zu bringen. Aber was er forderte, war ungeheuerlich. Er wollte Isaac. Opfere ihn zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Und Abraham gehorchte. Jüdische Überlieferungen berichten, dass Sarah, als sie von Abrahams Vorhaben erfuhr, in tiefste Verzweiflung stürzte und starb. Als das Kind fragte, Vater, wo ist das Schaf für das Brandopfer, antwortete Abraham, Gott wird es uns zeigen, mein Sohn. Sie legten das mitgebrachte Holz auf den Altar. Isaac half seinem Vater. Dann band Abraham seinem Sohn die Hände. Das Kind ließ alles willig geschehen, erzählen außer biblische Quellen. Im Alten Testament heißt es, dann legte er ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und er fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief der Engel des Herrn, tu dem Knaben nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und Abraham erblickte einen Widder hinter einer Hecke. Dem opferte er anstelle seines Sohnes. Künstler aller Epochen haben die hochdramatische Szene immer wieder neu und ihrerzeit gemäß interpretiert. In ihr wird auf die Spitze getrieben, was alle Texte des Stammvater-Epos bezeugen wollen. Es sind im Grunde radikale Gottvertrauensgeschichten, die uns hier erzählt werden. Und insofern sind sie universal. Abraham, der seinen Sohn nicht opfern musste, trauerte um Sarah. Er kaufte von den Einheimischen eine Grabhöhle in der Nähe von Hebron und begrub sie dort. Doch obgleich ihm jetzt ein Stück Land in Kana angehörte, blieben er und seine Leute dort zeitlebensfremde Nomaden. Die Bibel berichtet, dass Abraham sogar die Braut für seinen Sohn Isaak aus der alten Heimat Mesopotamien holen ließ. Auch er selbst heiratete noch einmal. Seine neue Frau hieß Ketura. Er war inzwischen 175 Jahre alt und blickte auf ein großes und erfülltes Leben zurück. Mit Ketura hatte er noch sechs Söhne, die alle zu Stammvätern wichtiger Völker östlich von Hebron werden sollten. Das Alte Testament erzählt, und er starb, da er alt und lebenssatt war und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, sprach Gott. Denn du hast meiner Stimme gehorcht. Dem biblischen Text nach begruben Abrahams Söhne Isaak und Ismael, die durch ihre Mütter so lange getrennt waren, gemeinsam ihren Vater. Sie legten ihn neben seine Frau Sarah in das Felsengrab in der Nähe von Hebron, das Abraham erworben hatte. Der Stammvater der Araber, Ismael, und der Stammvater der Juden, Isaak, gingen versöhnt und in Frieden ihrer Wege. Wo Abrahams Beerdigungsstätte wirklich lag, ist unbekannt. Auch König Herodes wusste es nicht, als er vor 2000 Jahren das mächtige Grabmal in Hebron errichten ließ. Heute steht es im Zentrum der politischen Auseinandersetzungen im Westjordanland und ist in einen jüdischen und einen muslimischen Bereich aufgeteilt. Juden und Muslime streiten um den Urvater und Gedenken seiner getrennt voneinander. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern hat die gemeinsamen religiösen Wurzeln verschüttet. Wir müssen begreifen, dass diese Abraham-Energien die Herzen und Gewissen umwandeln könnten, wenn man sie hineinließe. Wer Leon zur Stabilisierung seiner eigenen Ideologie, Gewaltideologie, Feindbildideologie, missbraucht, missbraucht die Überlieferungen von Abraham. Denn die rühmen ihn als Patriarchen der Menschlichkeit, der andere gelten ließ, der loslassen konnte und immer wieder aufbrach ins Ungewisse. Der historische Stammvater bleibt schwer zu greifen. Aber die Geschichten über ihn haben überzeitliche Schranken und kulturelle Gegensätze hinweg die Menschen tief berührt. Abraham, der Auszug, um Gott zu finden. Seine Glaubenskraft beeindruckt bis heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017